Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1042. Heute mit den folgenden Themen. Google Maps, Drive for Desktop, MagSafe Battery Pack, Spotify, Nuki und YouTube Shorts. Ich beginne gleich mit Google Maps. Die erhalten in Deutschland, und ich dachte, das gibt es da schon länger, die Echtzeitinformation. Etwas, was in Österreich und in der Schweiz schon länger so ist, sowohl bei Apple als auch bei Google, ist jetzt auch in Deutschland soweit. Google erhält die Echtzeitdaten und kann somit immer zeigen, wo das der Zug aktuell ist und wie das mit Verspätungen ausschaut. Das ist natürlich in Deutschland gerade nicht sehr unpraktisch. Wie und ob sich das Ganze dann auch auszahlt, werden wir sicherlich nächstens sehen, wenn dann die ersten Feedbacks in der Richtung kommen. Und hier geht auch schon das Telefon los. Genau. Nicht mal mitten in der Nacht hat man Ruhe. Weiter geht's mit Google. Und die haben neu die App Drive for Desktop, welche bald, und zwar in zwei Monaten, die App Backup & Sync ersetzen wird. Und ja, wir hatten es schon mal, das hiess schon mal Drive, dann hiess es irgendwann Backup & Sync. Und Google kann das gut, heisst jetzt Drive for Desktop. Wer also die Cloud-Geschichte von Google nutzt und da Daten hochspitzt von seinem Windows-Rechner, aber auch vom Mac, der sollte sich das vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Wenn ihr das nicht tut, bekommt ihr sowieso eine Push-Notification auf euer jeweiliges Gerät. Eine kleine Erinnerung, dass ihr die Backup & Sync-App nicht mehr nutzen solltet, respektiv bald nicht mehr könnt. Moment, dann wollen wir sehen, was haben wir noch an neuen Themen. Heute Morgen, oder besser gesagt, gestern Morgen, hat Apple ein neues Produkt rausgeschmissen. Ziemlich überraschend kam das MagSafe Battery Pack auf den Markt. Das ist für das iPhone 12, alle Modelle, die es da so gibt. Mini Pro, Pro Max. Und das ist, ja, früher hat man dem den Buckelwall gesagt, das Case mit eben dem integrierten Akku. Was jetzt nur noch ein Akku ist, ohne Case, das man hinten auf das iPhone packen kann, gibt es in zwei verschiedenen Grössen. Beide mal nur in Weiss und mit einem Lightning-Anschluss für die Stromübergabe. Es lässt sich sogar reverse aufladen, was sehr, sehr spannend ist und was vielleicht hoffentlich auch irgendwann mal für andere Geräte kommt im Apple-Universum. Mal schauen, mal schauen. Dann gibt es Neuigkeiten zum Spotify, die haben begonnen, mit Konten zu sperren von Nutzern, die mit Software Musik aufgezeichnet haben. Das gibt es noch, wie früher, ich mag mich erinnern, als ich noch am Radio sass und dann die Hitparade oder andere Musik mitgezeichnet habe, wo dann immer so ein doofer Moderator reingequatscht hat. Das geht natürlich auch in der digitalen Zeit und da wurden jetzt erste Menschen erwischt dabei und deshalb wurden Konten gesperrt. Der Grund lag daran, dass man Software oder Audiosoftwaren genommen hat, die das aufgezeichnet hat, die bei der Aufnahme vom normalen Album, was irgendwie 45, 50 Minuten lang ist, deutlich kürzere Zeit gebraucht haben, weil die Software die Musik von Spotify schneller abgespielt hat. Und genau das hat Spotify gemerkt, dass die Musik schneller abgespielt wird und ging dann eben davon aus, dass es da um mögliche Menschen, die bescheißen, geht. Und deshalb hat man das Ganze gesperrt. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Sollte man nicht tun. Ja, gibt ja andere Möglichkeiten, an Musik zu kommen. Dann gibt es Neuigkeiten für all diejenigen, die ein Nuki-Schloss ihr eigen nennen. Denn ab sofort ist es auch mit der Huawei Watch 3 möglich, das Schloss zu entsperren. Denn es gibt jetzt auch für die App-Gallery bei Huawei jetzt auf der Uhr eine entsprechende App. Das freut mich als Nuki-Schlossbesitzer und Watch 3-Besitzer natürlich besonders. So kann ich nicht nur links auf meiner Apple Watch die Türe entsperren im Büro, sondern auch auf der rechten Seite mit meiner Watch 3. Und zu guter Letzt habe ich eine Neuigkeit, die gestern aktuell war. Nämlich gestern Morgen ging YouTube Shorts auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz offiziell online. Immer noch in der Beta, wie Google ganz schön betont. Und wie das Ganze funktioniert, wie ihr da Kurzfilme einstellen könnt, das verrate ich euch in einem kleinen Tutorial, was ich auf dem Pogipsi.ch-Blog geschrieben und auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens verlinkt habe. Wer also mag, gerne mal reinlesen und lasst mich wissen, wie zufrieden ihr mit der Möglichkeit seid und oder ob ihr da jetzt was macht. Würde mich doch mal Wunder nehmen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.